Wer ist Stephanie Mason? Bonnie, in meinem früheren Leben, als ich noch ein anderes Gesicht hatte, noch nicht dieses Gesicht, als ich Michael Long war, Stephanie und ich, wir waren verlobt. Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Keiner wusste es. Außer Devin. Und jetzt du. Ich habe Kate mit allem programmiert, was ich über Cole herausfinden konnte. Ich hoffe, es hilft dir. Ja, hoffe ich auch. Vielen Dank. Michael? Bitte sei vorsichtig. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Stephanie? Stephanie! Stephanie, ich bin es! Michael! Oh, Michael. Oh, ich dachte, sie wären wieder da. Ich wusste ja nicht. Was ist passiert? Zwei Männer kamen, als sie weg waren. Sie versuchten einzubrechen, als ich die Tür nicht öffnete. Dann lief ich einfach so hinter Türen aus. Es ist alles gut, Steve. Alles gut. Wieso nennen Sie mich so? Wie? Stevie. Es nennt mich keiner mehr so. Ich bin ziemlich gründlich, was? Ich habe es wohl in den Akten der Foundation gelesen. Kommen Sie, Sie müssen hier weg. Ich bringe Sie in Sicherheit. Packen Sie sich ein paar Sachen ein. Dann nehmen Sie die Türen schillen. Es ist ein paar Hälfte. Ich bin vollbr court. Natürlich müssen Sie auf der Straße nehmen. Das ist nicht schlimm. Aber will nicht alle giờzen? Tschüss! Sie haben gerade das Haus verlassen. Stell fest, wo Sie hinfallen. Mehr muss ich im Moment nicht wissen. Was suchen Sie? Den Mikrowellenherd und die Höhensonne. Wirklich, ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich staune sogar immer noch, wenn jemand ein Autotelefon hat. Uns folgt ein Wagen. Ein blauer Sedan. Ob das die Männer sind, die bei mir waren? Das nehme ich stark an. Kit, ich brauche die Zulassungsnummer des Wagens und Fotos von den Insassen. Sofort, Michael. Das sind die Fotos, Michael. Die Zulassungsnummer habe ich auch. Na dann los. Halten Sie sich fest, Stephanie. Vor uns ist ein Hindernis. Michael? Ich sehe es, Kit. Achtung, Stephanie. Wow. Wie war das? Das war fantastisch. Ist noch was von Ihnen zu sehen, Kit? Warte mir. Nicht nur, dass er reden kann, er hat auch Humor. So weit würde ich nicht gehen. Wie bitte? Hier kommt's. Night Rider. Ein Auto.